Hallo und herzlich Willkommen bei Discover TV Zürich Rooftop Session hier auf dem Balkon der MFO Denk&Werkstatt. Mein Name ist Noemi und mit mir sind Liftoff und Chill, wie heisst der Song, den ihr jetzt gerade spielt für uns? Gefangen im Dasein. Viel Spass! Musik Es ist fast von mir, nur bagge Gedanke, ins dunkle Stille. Gseh noch ein Sitzer im Kleid. Sag noch ein, nein, ich lass dich nicht gehen. Du kriegst mich in meiner Stehe, steig in der Port. Ich halt dich fest in die Spannstadt. Du wirst mich noch. Du wirst mich noch. Du wirst mich wachen. Über die doch so Realität auch. Du bist nicht im Raum und Gläbsegund. Gefangen im Dasein. Es ist ein Möller an ihm Mondbuch. Du Träume an ihm Mondbuch. Die Kaffee an ihm Zübchen wieder an ihm Bluss. Ein Gäste Tag an dich und du schaust in einem Bluss. Musik Wie kann man etwas vermissen, wenn man es doch gar nie hatte? Und seh'n dich doch von mir, nur rennst du mich. Ist es doch das, wovon immer alle geredet haben? Ist es das, ist es das, das magische Band verwirrt vom Affen? Das macht dich auch ein Bluss. Und sagt, tule ich auch ein Bluss. Ich möchte mich noch einmal an ihm Mondbuch. Du wirst mich noch an ihm Mondbuch. Das macht dich noch an ihm Mondbuch. Juhl, ohne Mondbuch. Ich kaffee an ihn Zucker mit dem Oniblu. Ich pache dich auch an ihm Bluss. Ich spasse dich auch an ihm in den Bluss. Komm, komm, ja, ja, wenn ich an dich denk. Verlück dich mit so, mach los, mach los, mach los, ja. Du möchtest dich, meine Liebe, überhaupt für einen Schenkerl. Ich weiss, ich weiss es nicht, ist ein Triff, ist es fast, ich weiss es nicht, ist es nicht, ist es nicht, ist es nicht, ist es nicht, besser ist es so. Es ist fast rum, aber ich denke, in dunklen Stille, sehen uns sitzen im Kreis und sag noch eins, nein, lass es nicht gehen, wenn du es mir mehr stehst, steig in ein Pool. Deshalb. Ich bin der Only Flow, Danke, der Tag, der kommt ja niemandem drauf. Wuhuuu! Lift off! Hei! Er geben wirklich Gas und immer noch eine Steigerung zum Lied vornehmen. Merci vielmals gefangen. Ich bin im Dasein. Wem bist du gefangen? Gesein. Ich war nur einmal im Leben gefangen. Das war dort, als ich das Lied geschrieben habe. Das war so ein Moment im Leben, wo man eine wichtige Entscheidung fällen muss. Entweder geht es in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Man ist aber doch 100% davon überzogen, dass es die richtige Entscheidung war. Aber mit einem kleinen Wink fragt man sich vielleicht, wie wäre es gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Und ich bin ja ein bisschen gefangen gewesen. Du schreibst deine Songs so, wie sie gerade rauskommen. Der ist jetzt auf Schweizerdeutsch, aber andere Sprachen noch, die noch singen und spielen. Ja, ich schreibe es einfach so, wenn ich es spüre. Der ist zwar Schweizerdeutsch, wir haben aber auch Hochdeutsche Songs und auch noch Englische. Sehr schön, eine grosse Varietät drin. Jetzt muss ich zu mich rüber, weil mich hat es fast verbotzt. Wir haben noch darüber gesprochen. Er geht so ab am Keyboard. Ob ihr da wirklich gehalten habt und es ist fast runtergefallen, gell? Nein, ich weiss nicht, was du meinst. Man hat es genau gesehen. Ja, mit etwas Energie spielen muss man das schon, sonst passt das nicht an der Musik. Also Know to Self, du solltest definitiv mehr stehen wie der Konzert. Ja, Know to Self, ich sollte definitiv mehr Kleppband brauchen, um das Keyboard zu fixieren. Du hast aber noch etwas anderes mitgenommen für uns, und zwar das Album. Oder ja, nicht ganz Album, aber so. Genau, das ist unsere EP. Die heisst T-Zero. Die haben wir eigentlich aufgenommen, ganz am Anfang der Pandemie. Das fühlt sich schon mega lange her an. Jetzt sind sie jetzt erst so richtig am Releasen. Wir hatten natürlich schwierige Zeit mit dieser Pandemie, wie alle Künstler. Wir sind jetzt umso froher, können wir sie über die Webseite, an die Konzerte weitergeben mit 5 von unseren liebsten Songs. Sehr cool. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Wenn ihr diese Funky-Souling-Band mal live sehen wollt, dann geht auf ihre Social Media-Kanäle schauen, wo das sind. Sie kommen bestimmt auch in euch statt. Ich wollte diesen Satz schon immer mal sagen. Und danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid bei Discover TV Zürich. Ciao zusammen! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!